Wenn man am Wochenende lernt man halt seine neue Belegschaft oder seine neue Freundschaft oder Freundinnen kennen und dann ist man natürlich so wie man in der Disco normal eine Freundin kennenlernt, so gehen wir auch, bloß wir haben halt ein anderes Ziel im Hinterkopf und es muss aber passen, da wird, wie gesagt, bei uns hat sich von allen anderen Systemen in Deutschland unterschieden, muss man, kann man wirklich ganz klar sagen, hier wurde niemand dazu gezwungen, wer gehen wollte, los kommt packen, tschüss, auf Wiedersehen, hat halt nicht gepasst, weißt du, also nicht wie man das aus dem Fernsehen kennt, die wurden an der Heizung gekettet mit Kippen gequält oder so in Schwachsinn, aber es gab halt auch klare Regeln, auch für die, da haben sich aber die Frauen untereinander drum gekümmert, also so, dass die Jungs da nicht drauf, die haben erst die Notbremse gezogen, wenn es gar nicht mehr ging, ansonsten haben die, die schon länger hier waren, die Damen, die haben das den neuen Damen alles gezeigt, beigebracht und auch die Regeln, beigebracht, dass das hier alles vernünftig funktionieren kann.